So Freunde, Burpee-Time, ihr seid bereit, Freitag sind wir Burpee-Time. Kommt auf die Wiederholung und die Pausenzeiten diesmal an. Burpee-Tender, ich zeige es nochmal, klassische Hörmer. Hinhörsen, abhocken, Liegenstütz, hoch, anhocken, Sprung. So, jetzt zahlt ihr euch ein, je nachdem wie viele wirklich ganz locker am Stück machen können. 15, 15 oder 20, mehr als 20 würde ich es nicht machen. Die zieht ihr kontingenüglich durch, gleichmäßig ohne Pause. Wenn ihr den Satz voll habt, beispielsweise mit 10, macht ihr 60 Sekunden Pause. Exakt. Dann macht ihr wieder einen Satz mit 10, dann macht ihr 50 Sekunden Pause. Wieder einen Satz mit 10, 40 Sekunden Pause. Wieder einen Satz mit 10, 30 Sekunden Pause, 20 Sekunden Pause, 10 Sekunden Pause. Okay, und dann könnt ihr, wer noch will, die Pyramide wieder hochfahren. Also teilt euch das von Anfang an gleich ordentlich ein. Hier geht es wirklich darum, dass wir die Pausenzeiten so weit wie möglich verringern und zwischendurch wirklich kontinuierlich arbeiten. Okay, viel Spaß für euch das Wochenende. Ciao.